Er hat ihm echt den Arm gebrochen. So, von nun an kannst du deinen linken Arm nicht mehr gebrauchen. Kuapika, hält mich nicht zurück. Wenn dieser scheiß Kerl God noch mehr antut, dann tut's mir lang für God, aber dann kann ich mich nicht mehr beherrschen. Ich soll dich aufhalten wollen? Ich? Keine Sorge, daraus wird wohl leider nichts.